Musik Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück Bei Seven Days to Die, pünktlich mit dem Gewitter, was uns ja die Horde ankündigt Begrüße ich euch hier wieder Ähm, ja, letzte Episode ist ein Malheur passiert Darüber würde ich einfach gar nicht mehr reden wollen Und ich denke, wir haben alles hier runtergebracht, was hier runter muss Wie mache ich nochmal Plunderbass Munition? Äh, kleiner Stein, Schießpulver, Papier Habe ich alles hier dabei Machen wir uns noch ein bisschen mehr Munition, würde ich sagen Ich lasse es jetzt Ich habe unten das nicht aufgewertete Holzteil gesehen Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt Aber wir lassen es trotzdem Äh, in der Zwischenzeit Alles, was wir hier haben, kommt da noch mit rein Das habe ich hier gesehen Kommt irgendwann auch runter in den Keller Alles kein Problem Wird noch umgeräumt Da auch nicht Äh, hier haben wir das Und das Dementsprechend Ballern wir einmal Donnerbüchsen Munition durch Davon haben wir dann ein bisschen was Wir haben zwei Waffen Wir haben den Bogen Ich habe es mitbekommen Alles gut Immer mit der Ruhe Wir müssen es ja nicht gleich übertreiben Einmal durchladen Einmal auch dicht durchladen Wir haben rundherum relativ freie Was heißt relativ? Wir haben ein freies Sichtfeld Das gefällt mir natürlich Ich gehe erstmal auf die Gammelfeile Bevor ich da mit den teuren anfange Ähm, wir brauchen irgendwann noch eine eigene Kiste Für Klamotten Die irgendwo unten in den Keller hinkommt Weil ich damit sonst nichts machen werde Zumindest Aktueller Plan Guck mal, ich tue mir da oben hin Damit ich dich sofort finden kann Essen, glaube ich, brauche ich vorerst nicht Ich bin ja Gesättigt Vom letzten Ich habe nur 3000 EP geholt Wow Ich dachte, das wäre mehr gewesen Wie traurig Wahrscheinlich wusste das Spiel einfach, dass ich Sterben werde Und dementsprechend hat es mir schon am Ende der letzten Episode Den, ähm Den Ding gegeben Nur 110 Ausdauer und HP Ich würde es halt eigentlich gerne wirklich aufwerten hier Oder verbessern Den Ding Na es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft ... die Quelle De지 Ah, ja. Manch einer will sagen, das ist vielleicht ein bisschen spät, das jetzt zu machen. Und er hat recht. Er hat natürlich recht. Aber dadurch gehe ich halt nicht das Risiko ein, runterzufallen, wenn ich hier rumlaufe. Dementsprechend mache ich das jetzt schon. Problem, glaube ich, war, weswegen ich das nicht getan hatte, doch, man kann durchschießen. Optimal. Ja, Weltklasse. Wichtig ist jetzt, nicht runterfallen. Manchmal bin ich ja doch ein Genie. Ich stelle mich nicht immer an wie eins. Aber manchmal... ...kommt halt wirklich so ein kleiner Moment, wo man sich sagt, Holla, die Waldfee, der ist ja gar nicht mal so blöd. Wenn das Timing dazu ein bisschen besser gewesen wäre, wäre ich hiermit sogar echt zufrieden. Wartet bitte noch einen Moment, ihr Zombies. Ich muss hier noch so... Okay. Oh mein Gott. Standbild kurz gehabt. Problem ist ein bisschen... Ähm... Ich... ...muss aufpassen, dass ich da nicht so zu sehr und zu locker rüberlaufe. Somit zu viel Elan. Ähm... Weil sonst stürze ich runter. Meine Schüsse sind eine Katastrophe. Moment, Leute. Oh. Äh... Hier ist noch jemand. Ich muss nachladen. Moment, Schätzchen. Moment. Und da kommen immer mehr. Meine lieben Freunde, könnten Sie sich bitte von dieser Wand fernhalten. Folgen Sie einfach mir unauffällig. Kommen Sie hier entlang. Ich lenke Sie ins Ziel. Ich zeige Ihnen, wo Sie glücklich werden können. Oder Sie fallen einfach da um. Oder ich helfe Ihnen beim Umfallen. Das ist auch möglich. In der Zwischenzeit... Quaft mir noch ein bisschen. Hallo, die Damen. Würden Sie sich wohl zurückhalten. Ich bin hier gerade ein bisschen beschäftigt. Ich arbeite doch noch. Die Eröffnung ist noch nicht. Die Eröffnung folgt erst in ein paar Tagen. Haben Sie nicht die Werbung gewählt? Oh. Kleiner Hit. Das ist ein Nichtsgefühl. Ich bin mit meiner, ähm... Meiner allen Menge eigentlich zufrieden. Die brauchen im Moment, bis sie durchkommt. Wenn sie natürlich durchkommt, ist es ein bisschen unschön. Und deswegen bin ich dann froh, wenn ich da endlich auf Stahl aufgewertet habe. Aber bis dahin denke ich, ist das noch okay. Rechts sie ignoriere ich erst mal. Ich versuche sie hier rüber zu ziehen. Allesamt. So, aber du stirbst auch. Ich höre schon die Nächsten kommen. Diesmal von der Seite. Die bringen aber relativ viel Loot mit hier. Das finde ich dann doch ganz cool. Ich höre zumindest relativ häufig das Klingeln vom Beutel hier. Die Klingelbeutel sind aktiv. Was mich natürlich freut. Entschuldigen Sie, Madame. Sie ist tot. Okay, ich komme zur anderen Seite. Können Sie sich nicht einfach mal auf eine Seite konzentrieren? Okay, sie sind alle hier. Alles gut. Ich bin wieder da. Ich bin voll dabei. Machen Sie keinen Stress. Ich bin für Sie alle da. Jeder wird verdient. Keiner wird bevorzugt. Ich warte doch nur auf Ihre Bestellung. Mehr möchte ich Ihnen nicht anbieten. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Oh, ein Hund ist auch da. Sieh mal einer an. Ich habe einst und allein noch die Sorge, dass wenn sie mir da meinen Balken wegmachen, das ganze Gerippe zusammenstürt. Ich hoffe natürlich, dass ich damit falsch fliege. Ich höre erst mal keinen Zombie. Das heißt, es ist wieder die große Ersatzzeit. Ich befürchte jedoch oder schätze, dass das nun das Ende der heutigen Horde war. Oh, fast euch runtergefallen. So, den Endpunkt muss man noch ein bisschen ersetzen. Das würde ich dann sogar zwei breit machen wollen. Ich glaube, mein Plan wird sich ändern. Ich werde das hier zunächst einmal weiter vorbereiten. Sodass ich dann das alles schon erledigt habe. Das heißt, ich mache hier eine zweite Reihe drumherum. Ich brauche noch zwei weitere für die Ecken. Und, äh... Ich müsste jetzt von hier zugreifen können. Genau. Ich habe zwei Ankerpunkte. Kann ich von der Seite aus schön den reinmachen. Wunderbar. Das sieht doch ganz gut aus hier. Ah, ich traue dem Braten noch nicht. Ähm... Wie brauchen wir, haben wir gesagt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, vierundzwanzig... ...vierundzwanzig plus zwanzig macht sechsundvierzig. Nach Adam Riese. Dann bereite ich das heute Nacht noch vor. Ähm... Nur wie kriege ich von hier oben, ohne gleich in den Tod zu stürzen? Das mache ich hier an der Ecke. Weil hier falle ich, wenn überhaupt, nur auf meinen Loot. Das ist okay. Und dann hätte ich nämlich hier nochmal eine ganz, ganz coole Geschichte. Millimeter genau ansetzen. Ich glaube, ich hatte gerade ganz kurz den Punkt gehabt... ...an dem es hingehaut hätte. Da war er. Jetzt ganz kurz konzentrieren. Da haben wir ihn. So, wunderbar. Punkt erreicht, weil jetzt ist das natürlich hier geschenkt. Ist jetzt natürlich nicht perfekt, weil die nicht, äh... ...optisch aufeinander passen. Aber das haut so hin. Und dementsprechend... ...kann ich damit erst mal leben. Stürzt auch nicht ein. Darauf würde ich dann auch noch einen, äh... ...einen weiteren Punkt machen wollen. Der hochkant ist. Wenn ich den nächsten... ...Eckpunkt habe. Der hochkant ist, damit ich, äh... ...beim rückwärtslaufen... ...oder beim schnellen Remmen... ...ich urplötzlich zu weit gehe und runterstürze. Also wirklich so ein kleines Geländer quasi. Ich kann durch alles hier durchschießen. Das ist natürlich dann richtig angenehm. Dann bin ich nämlich damit echt zufrieden. Vorerst. Bis ich dann wieder sehe... Ach, man könnte es auch ein bisschen anders machen. Und ich dann wieder überlege... ...wie kann ich es durcheinander bauen, umbauen. Ersetzen. Und so weiter und so fort. Aber ich denke, es geht ja auch ein bisschen darum... ...Ähm... ...Fortschritt zu haben. Sachen umzubauen. Neu zu bauen. Und so weiter und so fort. Das klappt ja ein paar Mal in diesem Satz gesagt, oder? Und so weiter und so fort. Ich habe auf der Seite noch keinen Ansatzpunkt gehabt. Den habe ich jetzt hier gleich. Ich glaube, mir fehlt einer. Ich glaube, ich habe einen zu wenig gecraftet. Und dadurch, dass ich das natürlich jetzt noch gemacht habe... ...ähm... ...er... ...ledigt sich das auch, glaube ich, mit dem Holz... ...wobei... ...für den Rest der Episode könnte man dann... ...wenn ich den Hut unten geholt habe... ...ähm... ...zwo fehlen mir. ...wenn ich den Rest habe, könnte man nochmal Holz holen gehen. Ich finde das gar nicht so schlecht hier. Ich finde das... ...ganz ehrlich... ...nicht so schlecht. So. Waffen raus. Und dann kann ich gleich runtergehen... ...meinen Gut holen. Missionen gibt es hier. Die auch. Pfeile nehmen wir... ...einen Stack mit. Das reicht. Die nehmen wir gar nicht mit. Zack, zack, zack. Alles wieder in seinen... ...entsprechenden Punkt packen. Äh... ...du bleibst erst mal hier. Die brauchen wir gar nicht. So, dalle. Ja. Spikes müssen ersetzt werden. Das ist mir klar. Was käme denn an Loot? Wasser. Traurig. Eine Pille. Ach. Zwei Damage. Gut. Da oben auf der Schlaghöhe natürlich ein bisschen mehr. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, das war gefährlich. Das ist schon ein bisschen besserer Loot. Nicht sehr viel besser, aber ein bisschen besser. Ja, Essen nehme ich immer gerne mit. Ich glaube, ich glaube, ich werde jetzt erst mal die Steingeschichten aufwerten wieder. mit dem Cobblestone. Und, ähm... Dann ist das besser, weil dann habe ich das komplett durch. Hab dann mal eine Ruhe, dass das direkt erledigt ist. Und ich hatte ja hier noch Cobblestone. Ich glaube, der wird sowieso nur aus Stein gemacht, oder? Wo habe ich das wieder hingetragen? Da. Cobblestone. Wie mache ich dich? Aus normalen Steinen, oder? Und Lehm. Okay. Lehm haben wir unten im Keller. Den holen wir uns mal raus. Nope. In der Tiste. Ein bisschen Lehm. Alles, was reinpasst, abgesehen von Lehm natürlich. Tun wir da rein. Hier auch alles, was rein kann. Oh, ist das Herbal Antipiotics? Natürlich. Super. Hi, Nun. Wird benutzt. Warum auch nicht? Äh, was weiß ich. Mach mal 50. Geht ja schnell. Dann werden wir ja sehen, ob das reicht oder ob das nicht reicht. Ach, das reicht locker. Das wäre ja richtig übertrieben, was ich da jetzt gecraftet habe. Egal. Besser haben als brauchen. Wurde mir schon häufiger gesagt. Ah, hier haben wir ein paar verbraucht. Ich könnte dich mit Stahl auch noch aufwerten. Ah, mit Eisen. Gut zu wissen. Sieht doch ganz gut aus. Ja, ein paar Hits hat es abbekommen. Aber insgesamt ist das bisher eine richtig sichere Sache. Da kann man nicht meckern. Das heißt, ich kann das Zeug gerade wieder raushauen. So, dass wir nämlich in der nächsten Episode dann direkt losziehen können. Äh, die Frage ist, wohin? Wir machen dich einmal zu. Räumen alles hier in die entsprechenden Kisten rein, wo sie hingehören. Ähm. Gut, wir haben hier drüben die Klamotten aktuell. Das heißt, du bleibst hier. Wir tun dich auch mal dahin. Wir nehmen die bessere Schaufel mit. Weil wir die nicht wollen. Besseren Schraubenschlüssel. Das ist cool. Äh, die Pfeile reichen nicht. Schraubenschlüssel nehme ich mal nicht mit. Ein bisschen Essen nehme ich mit. Werkzeug. Fackel brauche ich nicht. Wasser habe ich auch nicht genug. Habe ich genug trinken dabei. Essen habe ich. Pfeile wollte ich noch mitnehmen. Dann werden wir in der nächsten Episode losziehen. Und zwar Heimat und Pingpong. Wir gehen nicht vor die Hunde unten hin. Guck mal, da waren wir sogar schon mal. Werden wir hier hingehen, die Schatzkarte ausgraben und dann wahrscheinlich so ein bisschen hier drüben das Gebiet noch erkunden. Nehme ich mal an, wir werden den Bogen schlagen, weil ich will hier nicht durch die Hunde Aufgabe geben. Und dann gucken wir mal, was es alles gibt. Ich bedanke mich für's Einschalten. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht bei Seven Days to Die. Bis dahin noch einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen.